Das Kabinett des israelischen Premierministers Bibi Netanyahu ist voll von religiösen Extremisten, die glauben, dass Israels Brutalität in Gaza auf Gottes Befehl hingeschieht. Gemäß dem Buch Joshua in der hebräischen Bibel, datiert von Gelehrten auf das 7. Jahrhundert vor Cruz, versprach Gott das Land dem jüdischen Volk und wies sie an, die anderen Nationen, die im verheißenen Land lebten, zu zerstören. Dieser Text wird heute von extremen Nationalisten in Israel verwendet, einschließlich von vielen der etwa 700.000 israelischen Siedler, die in besetzten palästinensischen Gebieten im Widerspruch zum internationalen Recht leben. Netanyahu verfolgt die religiöse Ideologie des 7. Jahrhunderts vor Christe im 21. Jahrhundert. Natürlich steht die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung heute, einschließlich der überwiegenden Mehrheit der Amerikaner, definitiv nicht im Einklang mit den religiösen Eiferern Israels. Die Welt ist weitaus mehr an der Völkermordkonvention von 1948 interessiert, als an den angeblich von Gott im Buch Joshua angeordneten Völkermorden. Sie akzeptieren nicht die biblische Idee, dass Israel die Menschen Palästinas töten oder aus ihrem eigenen Land vertreiben sollte. Die Zwei-Staaten-Lösung ist die erklärte Politik der Weltgemeinschaft, wie sie vom UN-Sicherheitsrat verankert wurde, und der US-Regierung. Präsident Joe Biden befindet sich daher zwischen der mächtigen Israel-Lobby und der Meinung der amerikanischen Wähler sowie der Weltgemeinschaft. Angesichts der Macht der Israel-Lobby und der Summen, die sie für Wahlkampfspenden ausgibt, versucht Biden, es beiden Seiten recht zu machen, Israel zu unterstützen, aber Israels Extremismus nicht zu billigen. Biden und Außenminister Antony Blinken hoffen, die arabischen Länder in einen weiteren, endlosen Friedensprozess mit der Zwei-Staaten-Lösung als fernem Ziel, das nie erreicht wird, zu locken. Israelische Hardliner würden natürlich jeden Schritt blockieren. Biden ist sich all dessen bewusst, möchte aber das Feigenblatt eines Friedensprozesses. Biden hoffte bis vor kurzem auch, dass Saudi-Arabien durch das Angebot von F-35-Kampfjets, Zugang zu Nukleartechnologie und ein vages Versprechen einer eventuellen Zwei-Staaten-Lösung irgendwann, irgendwie dazu bewegt werden könnte, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Die Saudis wollen davon nichts wissen. Sie machten dies in einer Erklärung am 6. Februar deutlich, in der es hieß, Das Königreich fordert die Aufhebung der Belagerung der Menschen in Gaza, die Evakuierung von Zivilopfern, die Einhaltung internationaler Gesetze und Normen sowie des internationalen humanitären Rechts und die Vorantreibung des Friedensprozesses in Übereinstimmung mit den Resolutionen des Sicherheitsrates und der Vereinten Nationen sowie der Arabischen Friedensinitiative, die darauf abzielt, eine gerechte und umfassende Lösung zu finden und einen unabhängigen palästinensischen Staat auf der Grundlage der Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt zu etablieren. Innenpolitisch sieht sich Biden mit IPAC, dem harmlos klingenden American-Israel-Public-Affairs-Committee, der führenden Organisation der Israel-Lobby, konfrontiert. Der langjährige Erfolg von IPAC besteht darin, Millionen von Dollar an Wahlkampfspenden in Milliarden von Dollar an US-Hilfen für Israel umzuwandeln. Eine erstaunlich hohe Rendite. Derzeit zielt IPAC darauf ab, etwa 100 Millionen Dollar an Wahlkampffinanzierung für die Novemberwahl in ein zusätzliches Hilfspaket für Israel in Höhe von 16 Milliarden Dollar umzuwandeln. Bisher geht Biden konform mit IPAC, selbst wenn er jüngere Wähler verliert. In einer Economist-YouGov-Umfrage vom 21. bis 23. Januar meinten 49 Prozent der 19- bis 29-Jährigen, dass Israel einen Völkermord an den palästinensischen Zivilisten begeht. Nur 22 Prozent sagten, dass ihre Sympathien im israelisch-palästinensischen Konflikt bei Israel liegen, im Vergleich zu 30 Prozent bei Palästina und die restlichen 48 Prozent ungefähr gleich oder unsicher. Nur 21 Prozent stimmten einer Erhöhung der militärischen Hilfe für Israel zu. Israel hat jüngere Amerikaner völlig entfremdet. Während Biden zu einem Frieden auf Basis der Zwei-Staaten-Lösung und einer Reduzierung der Gewalt in Gaza aufgerufen hat, hat Netanyahu Biden unverfroren beiseite geschoben, was Biden dazu veranlasste, Netanyahu bei mehreren Gelegenheiten als Arschloch zu bezeichnen. Doch ist es Netanyahu, nicht Biden, der immer noch die Fäden in Washington in der Hand hält? Während Biden und Blinken sich die Hände über die extreme Gewalt Israels ringen, erhält Netanyahu die US-Bomben und sogar Bidens volle Unterstützung für die 16 Milliarden Dollar ohne US-Rotlinien. Um die Absurdität und Tragödie der Situation zu erkennen, betrachte man Blinkens Aussage in Tel Aviv am 7. Februar. Anstatt irgendwelche Grenzen für Israels Gewalt, die durch die USA ermöglicht wurde, zu setzen, erklärte Blinken, dass es an den Israelis liegt, zu entscheiden, was sie tun wollen, wann sie es tun wollen, wie sie es tun wollen. Niemand wird diese Entscheidungen für sie treffen. Alles, was wir tun können, ist zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Optionen es gibt, wie die Zukunft aussehen könnte und dies mit der Alternative zu vergleichen. Und die Alternative sieht momentan aus wie ein endloser Zyklus von Gewalt und Zerstörung und Verzweiflung. Später heute wird die USA wahrscheinlich den algerischen Entwurfsbeschluss im UN-Sicherheitsrat mit einem Veto belegen, der zu einem sofortigen Waffenstillstand aufruft. Biden hat eine schwache Alternative vorgelegt, die zu einem Waffenstillstand sobald wie praktikabel aufruft, was auch immer das bedeutet. In der Praxis würde das sicherlich auch bedeuten, dass Israel einfach erklären würde, ein Waffenstillstand sei nicht praktikabel. Biden muss die US-Politik von der Israel-Lobby zurückholen. Die USA sollten Israels extremistische und völlig illegale Politik nicht weiter unterstützen. Die USA sollten auch keine weiteren Gelder an Israel zahlen, es sei denn, und bis Israel im Einklang mit dem Völkerrecht lebt, einschließlich der Völkermordkonvention und der Ethik des 21. Jahrhunderts. Biden sollte sich an die Seite des UN-Sicherheitsrates stellen, indem er einen sofortigen Waffenstillstand fordert und tatsächlich auch eine sofortige Bewegung hin zur Zwei-Staaten-Lösung, einschließlich der Anerkennung Palästinas als 194. UN-Mitgliedsstaat, ein Schritt, der seit Palästinas' Antrag auf UN-Mitgliedschaft im Jahr 2011 mehr als ein Jahrzehnt überfällig ist. Israelische Führer haben nicht den geringsten Skrupel gezeigt, Zehntausende unschuldiger Zivilisten zu töten, zwei Millionen Ghazaner zu verdrängen und zur ethnischen Säuberung aufzurufen. Der Internationale Gerichtshof hat festgestellt, dass Israel möglicherweise Völkermord begeht und der IGH könnte in den nächsten ein oder zwei Jahren eine endgültige Feststellung des Völkermords treffen. Biden würde in die Geschichte eingehen als ein Ermöglicher von Völkermord. Doch er hat immer noch die Chance, der US-Präsident zu sein, der einen Völkermord verhindert hat. Untertitelung des ZDF, der einen Völkermord wird aufgelistet. Wir werden mit dem der Völkermord in den Völkermord die Völkermord mit dem Nutzung aufgelistet. Die Völkermord